Ist das nicht der Suite von der Suite Flagge? Nein. Hallihallo und jetzt willkommen zu Stiefel hat den Mist hier eingereiht. Egal. Wir haben 5 Poseidon, Infinite Cooldown Reduction und Infinite Mana. Wer will den Mana-Buff? Ich. Warum entwäldern wir nicht? Weil das nicht vor den Kopf geht als wenn wir es nicht tun. Gott ist das bescheuert. Wie denkst du sich der Mist bei Hyrule aus? Ich hab keine Ahnung. Ein Mana-Buff. Mach den bloß für Kult-Accordaction. Na. Wir fahren durch gegen die 2 aktiv halten, ey. Das Schlimmste wäre aus dem Bitten. Weiß ich nicht, welcher Pool welcher ist, ne? Weiß ich nicht, welcher Pool welcher ist, ne? Ah, nein, guck. Da ist schon einer fast. Maffe du Penner. Ja, bitte. Aua. Bin tot. Aua. Ist ja gar nicht unser Pool. Gehen wir ihn jetzt machen. Was ist ein Unsinn. Okay. Be right back. Be right back. Be right back. Hey Stiefel, du frisst jetzt gleich 25 Kraken. Ach, da kam ja schon der erste Kraken. Tschüss. Das waren nur 25 Kraken auch nicht. Dann hab ich gestorben. Komm schon. Hehehe. 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 Ah, ein Kraken! Nein, keine Ahnung, Frau Woi! Nein, keine Ahnung, Frau Woi! Ja. So. Irgendwo links macht der Stiefel blödsinn. An ally has been farmed in it. You have slayed an enemy. An enemy has been slayed. An ally has been slayed an enemy. Alter, Magical Protection bringt gar nichts. Dann brauch ich noch mehr. Mehr Magical Defense. acquist. Alter! Was denn? Waaaaah Team! Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ist doch voll geil! Mehr Magical Defense! Das war's! Oh, das ist ein Triple kill! Kann mir keiner den Poseidon vom Hintern halten? Ich meine, der Tank muss beschützt werden. Wie soll der denn so tanken? Nein, das ist doch kacke. Was kaufe ich mir denn hier? Böi. Ich bin kacke, hat niemand gesehen. Aber ich bin so schnell. Wie viel da vorne? Und hier sind noch zwei. Und irgendwie sehe ich nichts. Aber ich mache einen Schaden. Macht doch Spaß. Voll geil. Oh, Thomas konnte das ganz heiße machen. Es ist so voll schön. Was wollen die alle von mir? Thomas ist schon wieder tot. Weiß ist voll schlimm. Okay, mach den Kragen auf mich. Das ist ja putzig. Okay, mach wieder einen Kragen auf mich. Das ist ja putzig. Oh. 25 Pools tun dann doch weh. Und dann hier noch einen Eif. Ja, ja. Dann töte die. Das ist doch. Hab ich doch. Nein, der Pool. Der Pool. Ich habe noch nicht genug Match. Gehe dir. Was ist ein Kappachi, 225? Ja, ich kann noch einen Eif. Geh auf! Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. weg bei der hat der scheiß egel unerwartet die mosaiken ja alle wenn ich 25 karten fresse ich mag die krakennaschen die haste aber ordentlich genascht die krakennimose habe ich alles gesehen vielleicht mag ich ja kraken das kann gut sein ahn wir hatten den fucking jörner verleifen da ist ein hund ich habe noch zwei kregen 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 auch ouch hmm oh man, ich finde eine Magical Defense Muffin Ja Das war eindeutig dein Kragen Nein Na Ich hab doch hier nur den als Einziger den Standard Kragen Wegekragen Ja Meins war ein Rubberdack Meins war ein Schaden Alter Junge Scheiße hinter die Ohren Ich bin der blöde Poseidon Hier, friff den Kragen Ja hier ist es vorbei Entschuldigung Entschuldigung Sorry Steffel Ja nicht Worth it mm Dumdum dum 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 Komm, wir gehen noch Asozial Ja, sorry Gawink. We need more damage. Powered! I need the gem of isolation. Tiiiihihi Ja! Jetzt brauchte ich den Mist. Dings ist meiner. Boah! Maaaannn, wie immer ein Kragen unter mich auf. Wer da? Hallöchen zusammen! Hallo. Quack! Oh, wow. Hallöchen Stiefel! Hallo. Ah, geht's nicht? Was besser? So. Ah, ich leb ja immer noch. Ach, erstmal. Hoppes. Lol. Nein! Füt mich zimmerweise nicht. Mann. Doofes Spiel. Na, ist doch voll witzig. Mann! Mann. Mann! Mann! Die waren beide gleich scheiße. Muffin, du bist gestorben. Ach, ich bin ja nur 13 Mai gestorben. Mein Bild war viel cooler aus. Aber mein Bild war das beste. Mein Bild war okay. Ich finde, der Hyrus braucht, äh, Poseidon braucht einen Nerf. 7, 7, 23 hier, ja? 4, 13, 26. Und hier, Damage Mitigated, uuuuh. Voll hart. 44.000 Damage Mitigated. Alter Schwede. Das Geile war, ich stand zwischendurch vor der Base und dachte, ich wäre tot. Auf einmal gucke ich wieder auf, ich bin immer noch da. Nehmt Sinne, bis zum nächsten Mal, dann wieder richtige Spiele. Ciao.